Hallo, ich bin Sascha und wollte kurz über unseren tollen Urlaub auf der Finca Praktige in der Nähe von Sonservera und Cala Mayor berichten. Wir haben hier ungefähr zehn Tage einen tollen Urlaub verbracht, bei bestem spanischen Wetter. Wir konnten unsere zwei Pools genießen, dort ein kleines Babybecken, hier ein großer Pool, ein prima Außenbereich, wo wir die schönen, lauen Abende verbringen konnten und wirklich gegrillt haben, alles was das Herz begehrt. Das Haus war groß genug für sieben Personen, vier Erwachsene, drei Kinder mit klimatisierten Räumen. Wir haben noch ein Zusatzgebäude und wir können uns nur bedanken bei Finca Jorca und unseren Vermietern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Finca Jorca, urlaub dir was?